ja herzlich willkommen zu einem kleinen info video sozusagen ich möchte ein fifa turnier machen ich weiß nicht genau wie das ganze also welche reihen in welcher regelmäßigkeit jetzt habe ich das richtige wort das ganze stattfinden wird ich möchte aber ein fifa turnier machen der in dem ich herausfinden möchte welche mannschaft die beste mannschaft auf fifa 18 ist um das zu tun und um auch ein möglichst authentisches ergebnis zu haben werden wir es wie folgt machen teilnehmen werden 96 mannschaften aus fifa 18 gespielt wird computer gegen computer das ist kein turnier wo ihr mitspielen könnt ihr dürft natürlich gerne irgendwie wetten oder eure tipps in die kommentare schreiben etc in dieser folge werde ich das ganze kurz erklären und die auslosung machen ich habe bereits schon mal eine vorauswahl getroffen das sind die teams die mit dabei sind sortiert nach der gesamtstärke und zwar gilt hierbei die gesamtstärke von fifa ich habe mir jetzt aktuelle patch den aktuellen patch runtergeladen vom was weiß ich wievielten ersten april glaube ich war das und das sind also die gesamtstärken das sind die mannschaften die also dabei sind ich habe eigentlich die besten mannschaften genommen bis auf eine ausnahme und zwar habe ich gesagt ich möchte pro nation oder pro liga sozusagen nicht mehr was ist denn das hier hässliches weiß ich nicht hallo spiel okay ich möchte pro nation nicht mehr als zehn mannschaften haben weswegen ich jetzt einige deutsche spanische englische und auch italienische rausgeworfen habe wir haben also jetzt insgesamt eine liga aus zehn deutschen zehn spanischen zehn englischen zehn italienischen sechs französischen vier portugiesischen fünf türkischen fünf russischen einer ukrainischen drei niederländischen zwei mexikanischen drei argentinischen drei belgischen drei griechischen zwei schottischen vier amerikanische also usa zwei saudi arabischen und jeweils eine mannschaft aus der schweiz kolumbien polen tschechien südkorea dänemark japan österreich norwegen schweden südafrika australien und irland mit am start ihr seht schon ich habe das ganze immer so ein bisschen unterteilt die ersten 32 mannschaften sind sozusagen der erste topf um zu verhindern dass in einer gruppen phase direkt ganz ganz viele hochkaräter dann rausfliegen das ganze das sind übrigens die mannschaften die jetzt nicht dabei sind könnte ja mal pausieren im video falls da der eine oder andere club dabei ist den ihr vermissen werdet so ist es nun mal leider da ist eine lücke die gehört da nicht rein diese ganze tabelle ist übrigens in der beschreibung verlinkt könnt ihr euch also gerne auch noch mal in ruhe ansehen wir werden das ganze also wie folgt machen wir haben also nicht acht gruppen wie es so in der champions league übrig ist oder so üblich ist sondern wir haben 16 gruppen a sechs mannschaften die ersten beiden kommen wie ihr das kennt weiter also der erste aus gruppe a spielt dann gegen die zweiten aus gruppe b der zweite aus gruppe a gegen den ersten aus gruppe b der erste aus gruppe c gegen den zweiten aus gruppe d der zweite aus gruppe c und so weiter soviel dazu wir werden jetzt live herausfinden ich habe ich schon alles vorbereitet auf meiner guten alten zufalls generator seite wir werden jetzt herausfinden welche wird die erste mannschaft sein in gruppe a erste mannschaft in gruppe a ist der ac mailand oder ac milan aus italien aus der serie a die erste mannschaft in gruppe b wird sein der fc porto aus portugal gruppe c wird angeführt nominell von intermailand übrigens es gibt keine beschränkungen wie zum beispiel in der champions league dass in einer gruppe nicht zweiterhändische mannschaften oder sowas sein dürfen so was gibt es hier nicht gruppe d wird angeführt von tottenham gruppe e wird angeführt von paris saint germain gruppe f wird angeführt von dem fc schalke 04 gruppe g ist der lokal rivale ja machen wir nur dortmund sonst passt hier nicht so gut hin dann gruppe f müsste das sein die gruppe h entschuldigung a ist rom so jetzt kommen wir hier zu den gruppen ersten in der gruppe i dort startet der fc everton in der gruppe j ist die erste mannschaft beschickt das beschickt das ist istanbul in der gruppe k haben wir atletic bilbao in der gruppe l der fc sevia aus spanien die gruppe m der fc barcelona also die drei spanischen teams treffen schon mal nicht aufeinander dann haben wir bayern 04 leverkusen in gruppe n dann gruppe o atletico madrid und die gruppe p mit dem fc arsenal also gehen wir die gruppen kurz mal durch so weit sie feststehen gruppe a ac mailand gruppe b fc porto gruppe c inter mailand gruppe d tottenham hotspurs gruppe e paris st germain gruppe f der fc schalke gruppe g dortmund gruppe h der als rom gruppe i fc everton aus england die gruppe j wird angeführt von besikt das istanbul aus der türkei die gruppe k atletic bilbao gruppe l fc sevia gruppe m der fc barcelona gruppe n leverkusen gruppe o atletico madrid und gruppe p arsenal london london weiter geht es jetzt mit den zweiten teams aus der jeweiligen gruppe äh äh so sieht es scheiße aus ne moment ich würde das irgendwie ganz gerne in einer reihe machen machen wir das mal in einer reihe geht das aha äh es geht schon aber man sieht halt nicht mehr alles moment 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 doch vielleicht 75 so klein aber ist ja nicht schlimm oder ne das sieht scheiße aus ok komm wir lassen das so wir lassen das wie gehabt äh machen 100% zack ok alles klar der ac mailand trifft auf den fc valencia aus spanien in gruppe a die gruppe b fc porto trifft auf sporting lissabon aus portugal also ein inner portugiesisches duell das kann ja interessant werden die gruppe c inter mailand trifft auf lazio rom und auch da treffen zwei italienische mannschaften aufeinander in der gruppe d tottenham gegen selta vigo selta vigo die letzte mannschaft die es geschafft hat in den ersten topf zu kommen darf also in gruppe d gegen tottenham spielen dann manchester united kommt in gruppe e gegen paris das kann auch interessant werden dann die gruppe f der fc schalke 04 gegen und auch da wird es ein deutsches duell mönchengladbach machen wir nur glattbach borussia mönchengladbach also gegen schalke in der gruppe g borussia dortmund trifft auf den as monaco und das klingt nach champions league da haben wir die gruppe h der as rome trifft auf den fc via real via real und damit haben wir dann die gruppe i der fc everton aus england trifft auf den fc liverpool ebenfalls aus england die gruppe j bejiktas istanbul aus der türkei einziger türkischer teilnehmer in gruppe a in lostopf 1 trifft auf den fc chelsea also ein ganz ganz großer fisch im becken dann die gruppe k atletic bilbao trifft auf manchester city auch das mit sicherheit keine leichte aufgabe aber machbar und gruppe warte mal gruppe l der fc sevilla trifft auf juventus turin auch das interessant dann die gruppe m der fc barcelona trifft auf den fc bayern münchen auch nicht schlecht die gruppe n leverkusen trifft auf den sl ben fc alisabon also man muss schon sagen man sieht schon jetzt krasse unterschiede wenn man gruppe m und gruppe n ansieht das ist schon ein deutlicher unterschied gruppe o atletico madrid spielt gegen oh real ist auch noch im topf lüften wir es sie spielen gegen real madrid atletico gegen real madrid und damit spielt arsenal gegen den ssc neapel wir haben also die ersten töpfe sozusagen gelüftet gruppe a ac milan und fc valencia gruppe b porto und sporting gruppe c inter mailand und lazio rom gruppe d tottenham und zeltavigo die gruppe e paris und manchester united die gruppe f fc schalke gegen gladbach die gruppe g dortmund gegen monaco gruppe h rome gegen via real gruppe i everton gegen liverpool gruppe j g Besiktas gegen Chelsea, Gruppe K, Bilbao gegen Man City, Gruppe L, Sevilla gegen Juve, Gruppe M, Barcelona und Bayern, Gruppe N, Leverkusen-Belfica, Gruppe O, Atletico und Real Madrid und Gruppe P, Arsenal gegen Neapel. Gut, dann schauen wir uns jetzt, nachdem wir das hier geschafft haben, die nächste Runde an und zwar Lostopf Nummer 2. Dort sind diese ganzen Mannschaften drin, ich zeige es euch gerade mal, nämlich ab hier, Leicester City, Sociedad, RB Leipzig und, 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 und. Einige natürlich noch aus exotischen Ländern, da geht es jetzt nicht nur nach der Durchschnittsstärke, aber größtenteils. Also ihr seht es ja hier zum Beispiel, da haben wir noch Durchschnittsstärken 78, 77, 76, 75 und hier ist dann das Gefälle etwas größer, aber, also es gab sozusagen ein paar White Cards, aber im Großen und Ganzen sind das schon die Besten, die es auf diesem Spiel gibt. Wir schauen, wer in Gruppe A auf den AC Milan und den FC Valencia trifft. Mailand und Valencia müssen sich messen mit Olympique Marseille aus Frankreich und das ist schon jetzt keine leichte Gruppe. Die Gruppe B, der FC Porto und Sporting, die beiden portugiesischen Vereine treffen auf Die Boca Juniors aus Argentinien, nichts zu unterschätzen, keine schlechte Mannschaft. Die Gruppe C, die italienische Gruppe bisher, internationale Milan und Lazio Roma treffen auf Die Shamrock Rovers und damit auf den irischen Vertreter. Ich denke mal, damit haben sie ganz gute Karten, zumindest mal den zu schlagen. Gruppe D, Tottenham und Celta Vigo gegen Sydney, also gegen den, ich glaube, einzigen, ja, einzigen australischen Vertreter. Also auch da relatives Losglück, zumindest mal, was diese Position angeht. Die Gruppe E, Paris und Manchester United treffen auf New York City New York City FC, dort wo ja unter anderem David Villa unter Vertrag steht. Mal schauen, was er gegen Paris und Man U ausrichten kann. Dann haben wir die Gruppe F, eine bislang deutsche Gruppe, Schalke und Gladbach. Treffen auf Real Sociedad. Sociedad und damit ein spanisches Team. Das ist ein sehr gutes Team und damit schon mal nicht einfach für Schalke und Gladbach. Also Sociedad ist auch so eine Mannschaft, die hätte auch im ersten Topf sein können. Da hat nicht viel gefehlt. Okay, Gruppe G. Dortmund und Monaco spielen gegen Trabzonspor aus der Türkei. Auch das kein schlechtes Team, aber sollte für Dortmund und Monaco machbar sein. Dann haben wir den AS Rom und Villarreal in der Gruppe H. Sie treffen auf ZSKA Moskau. Also nach Russland geht es für die beiden Mannschaften. Dann haben wir die Gruppe I mit Everton und Liverpool, bislang komplett englisch. Wie sieht es jetzt aus? Nicht ganz. Chicago Fire klingt zwar englisch, ist es aber nicht. Damit spielen sie also gegen die Mannschaft aus den Vereinigten Staaten, wo ja auch unter anderem Bastian Schweinsteiger unter Vertrag steht. Die Gruppe J. Dort, Besiktas Istanbul und der FC Chelsea treffen auf River Plate. River Plate, das ist ebenfalls eine Mannschaft aus Argentinien, wenn ich mich nicht komplett irre. Bin mal gespannt auf dieses Zusammentreffen. Sehr interessant, diese internationalen, also interkontinentalen Zusammentreffen zu sehen, weil das wird ja in echt nie passieren. River Plate und so, die spielen ja echt bei der Champions League mit. Bilbao und Manchester City treffen Gruppe K auf den SC Braga und damit den nächsten Vertreter aus Portugal. Sollte machbar sein für die beiden aus dem Topf 1. Die Gruppe L. Sevilla und Juve spielen gegen den FC Toronto aus Kanada. Das ist natürlich ein auch machbarer Gegner. Dann die Gruppe M. Der FC Barcelona und Bayern. Das ist wahrscheinlich die Hammergruppe. Wer kommt da als Dritter hinzu? Der AC Florenz und damit ein weiterer Topklub. Die Fiorentina, mit Sicherheit auch eine starke Mannschaft. Sind nicht chancenlos in der Gruppe, aber natürlich wird es schwierig gegen Barcelona und Bayern. Die Gruppe N. Leverkusen und Benfica. Eine im Vergleich sehr viel leichtere Gruppe. Wird bestückt mit Lokomotiv Moskau. Lokomotiv. Eine russische Mannschaft. Gruppe N bleibt nach wie vor eine relativ machbare Gruppe. Die Gruppe E. Zum Madrid Derby gesellt sich Rosenborg. Rosenborg aus Norwegen. Ich glaube auch da wieder der einzige Vertreter aus diesem Land. So ist es. Darf sich also mit den beiden madrilenischen Mannschaften messen. Das wird mit Sicherheit ein Highlight. Aber nicht einfach für diese Rosenborg-Mannschaft. So ich mach mal hier ganz kurz die Gruppen. Dass wir hier nochmal eine Zeile dazwischen haben. Kann man es ein bisschen besser kennen. Und da haben wir noch Gruppe P. Arsenal und der SSC Neapel. Treffen auf. L.A. Galaxy. Die ja vielleicht habt ihr es mitbekommen. Vor kurzem erst die Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic bekannt gegeben haben. Also auch das ganz interessant. Halbzeit. Alle Gruppen sind zur Hälfte voll. Wir gucken mal rein. Gruppe A ist eine ziemliche Hammergruppe. Mit Milan, Valencia und Marseille haben wir da drei gute Mannschaften drin. Porto, Sporting und Boca Juniors. Ebenfalls drei solide Mannschaften in Gruppe B. In Gruppe C haben wir mit Inter Mailand, Lazio Rom und Schembrook ein deutliches Gefälle. Das sollte kein Problem sein für die Italiener. Zumindest mal Schembrook zu bezwingen. Genau dasselbe gilt auch für Gruppe D mit Sydney. Die krassen Außenseiter. New York City ist wohl der krasse Außenseiter in Gruppe E. Der FC Schalke und Gladbach haben damit zu Ciudad schon einen schwierigeren Gegner. Der ihnen durchaus das Leben schwer machen kann. In Gruppe G haben wir Dortmund, Monaco und Trabzonspor. Ebenfalls, ja schon ihr ernstzunehmende Gegner. Die Türken. Dann der AS Rom, Villarreal und ZSK. Auch das ist eine Champions League erprobte Mannschaft. Also auch nicht zu unterschätzen. In Gruppe E, Everton, Liverpool und Chicago. Sollte eigentlich kein Problem sein gegen die Amerikaner zu gewinnen. Besiktas, Chelsea und River Plate. Eigentlich auch da. River Plate ist nicht schlecht. Aber im Vergleich zu diesen Top-Mannschaften sollte es, ja, nicht reichen eigentlich. Aber mal schauen. Bilbao, ManCity und Braga. Auch da ist Braga der Außenseiter. Genauso wie Toronto in Gruppe L. Ja, Florenz ist irgendwie in Gruppe M auch der Außenseiter bisher. Aber, was heißt das schon? Fiorentina ist eine starke Mannschaft. In Gruppe N ist so ziemlich alles offen. Ich würde sagen, Lokomotiv ist da zwar schon die schwächste Mannschaft vom Gefühl her. Aber, was heißt das schon? Ja, und zwei weitere Außenseiter haben wir mit Rosenborg und LA Galaxy in Gruppe O und P. Schauen wir mal weiter, wie es jetzt eben weitergeht. Mit AC Milan, Valencia und Marseille in Gruppe A wird bestückt mit Spartak Moskau. Spartak Moskau, einem weiteren russischen Vertreter. Auch kein schlechtes Team. Die Gruppe B. Porto, Sporting und die Boca Juniors treffen auf West Ham United. Also eine weitere Mannschaft aus England, wobei es hier in dieser Gruppe noch keinen englischen Vertreter gab. Die Gruppe C. Inter, Lazio und die Shamrock Rovers. Gibt es jetzt einen größeren Gegner für die beiden Italiener? Den gibt es. Zenith, St. Petersburg aus Russland. Das ist schon ein deutlich größerer Name. Das wird nicht so einfach für die Italiener werden. Die Gruppe D. Tottenham, Celtic und Sydney spielen gegen Eintracht Frankfurt. Ja, die haben es tatsächlich geschafft. Und das durch ihre Stärke wohlgemerkt. Also die sind hier nicht weitergekommen, weil ich die Eintracht so gerne mag. Sondern die sind stark genug, um unter den... Gut, bei dem Turnier machen 96 Mannschaften mit. Aber sie sind dabei. Hey. Gegen Tottenham, Celta Vigo und Sydney wird es allerdings für die Eintracht nicht einfach. Gruppe E. Paris, Man U und New York City. Übrigens habe ich hier irgendwo gerade gesehen, dass River Plate zweimal drin ist. Warum auch immer mir das jetzt passiert ist. Aber okay. Macht ja nichts. So, Moment. Was haben wir hier? Man U, Paris und New York spielen gegen... Monterrey. Das ist eine Mannschaft aus... Aus... ...Mexiko. Also bislang Losglück für Paris und Man U. Dann haben wir die Gruppe Schalke, Gladbach, Sociedad. Ja, und die haben nicht so viel Glück. Eindhoven ist ein... Eher stärkeres Team. Ist auch kein Top-Niveau. Aber der holländische Vertreter versteht schon was von Fußball. Dortmund, Monaco und Trabzonspor müssen sich duellieren mit... Galatasaray. Galatasaray. Das ist schon ein sehr, sehr hartes Los in der Gruppe G. Da haben wir in der Gruppe H, AS Rom, Villarreal und der ZSK Moskau treffen auf. Olympique Lyon. Auch das eine starke Mannschaft. Also hier sind wirklich vier gute Mannschaften, die man aus der Champions League kennt, beisammen. Sehr, sehr harte Sache. Dann Gruppe I. Everton, Liverpool und Chicago spielen gegen... ...den FC Turin. Also auch da wieder eine ordentliche Mannschaft auf jeden Fall. Besiktas, Chelsea und River Plate spielen gegen... ...Cievo Verona. ...die auch nicht so übel sind. Ich meine, sonst wären sie nicht dabei. ...Cievo Verona. Aber ich glaube, es ist im Vergleich zu Besiktas und Chelsea eine schwächere Mannschaft. Dann wir in der Gruppe K. Athletic Bilbao, Manchester City und der SC Braga spielen gegen... ...Standathletisch... ...aus Belgien. Also auch hier bislang vermeintlich... ...Ähm... ...Lostlück für Bilbao und City. Sevilla, Juventus und der FC Toronto spielen gegen... ...Tigres. Eine Mannschaft, die ebenfalls aus Argentinien kommt, wenn ich mich nicht täusche. Dann wir die Gruppe M mit Barcelona, Bayern und Florenz. Die spielen gegen... ...Deportivo Cali. Deportivo Cali, eine Mannschaft aus Kolumbien. Auch eher Losglück, kann man sagen. Also da wird die Gruppe M dann doch mal ein bisschen schwächer. Die Gruppe N. Leverkusen, Benfica und Lokomotive Moskau spielen gegen... ...Red Bull Salzburg. Na, da haben die Salzburger Glück, sind in eine nicht allzu starke Gruppe gekommen. Somit ist da vielleicht was drin für den einzigen Vertreter aus Österreich. Gruppe O. Rosenborg und die beiden Madrid spielen gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim ist schon eher ein ernstzunehmender Gegner für die beiden madrilenischen Mannschaften. Aber eigentlich sollte auch das kein Problem sein für Real und Atletico. So, und da haben wir noch die Gruppe P. Arsenal, Neapel und L.A. spielen gegen den FC Basel. Auch eine Mannschaft, die sich auf europäischem Parkett bereits bewiesen hat. Aber ob es gegen Arsenal und Neapel reichen wird, das werden wir sehen. Gut, kommen wir zur Mannschaft Nr. 5 in Gruppe A. Milan, Valencia, Marseille und Spartak spielen gegen Kopenhagen. Die dänische Mannschaft ist also in Gruppe A dabei. In der Gruppe B kommt Schachtjoer Donetsk mit ins Spiel. Die einzige Mannschaft aus der Ukraine. Ja, auch da eine Gruppe mit vielen guten Namen. Die Gruppe C. Oh ja, John Book, die südkoreanische Mannschaft. John Book Hyundai. Also, die Südkoreaner sind dabei in dieser Gruppe. Auch da wieder relatives Losglück. Tottenham, Celta Vigo, Sydney und Frankfurt spielen gegen die Glasgow Rangers. Die Rangers aus Glasgow. Also, Celta Vigo und Tottenham. Bislang nicht die schwersten Gegner zugelost bekommen. Paris, Man U, New York City und Monterey spielen gegen Atalanta Bergamo. Atalanta, ja, eine gute italienische Mannschaft. Dann, die Gruppe F. Schalke, Gladbach, Sociedad und Einhofen spielen gegen den OGC Nizza um ihren Star Mario Balotelli. Also, noch eine gute Mannschaft in dieser Gruppe. Die Gruppe G besteht bislang auch nur aus starken Teams. Ja, und da passt der SV Werder Bremen doch ganz gut dazu. Von der Mannschaft her sind sie ja nicht so schlecht. Und sind also bei Dortmund in der Gruppe. Die Gruppe H. Roma, Villarreal, ZSKA und Lyon gegen Celtic Glasgow. Also, die anderen Schotten aus Glasgow spielen in dieser Gruppe. Wird nicht einfach für sie. Dann haben wir die Gruppe I. Everton, Liverpool, Chicago und der FC Turin. Da kommt Krasnodar aus Russland mit dazu. Krasnodar. Ja. Okay. Dann die Gruppe J. Besiktas, Chelsea, River Plate und Chievo. Spielen gegen Stoke City. Die ja in der Premier League so ein bisschen in Straucheln geraten. Vom Kader her sind sie aber durchaus nicht schlecht. So, dann die Gruppe K. Standard Lüttich, Braga, Man City und Bilbao müssen ran gegen Bordeaux. Also, eine gute französische Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Sevilla, Juve, Toronto und Tigres spielen gegen den RSC Anderlecht aus Belgien. Auch das. Ein ordentlicher Gegner. Aber immer noch bleibe ich dabei. Juventus und Sevilla haben Losglück. Wenn die da in der letzten Mannschaft nicht noch irgendwas richtig Fettes gezogen bekommen, sollte es ein relativ einfacher Win werden. Für die beiden. Da haben wir die Gruppe M. Barca, Bayern, Fiorentina und Cali gegen. Den Paok Saloniki aus Griechenland. Sollte jetzt auch nicht die größte Aufgabe sein. Leverkusen, Betfika, Lokomotiv und Salzburg. Das ist in meinen Augen bislang die einfachste Gruppe, um weiterzukommen. Mal schauen, wer hier so ein bisschen Glück haben darf. Vielleicht wird ja jemand bevorzugt. Al-Ali. Ja, das ist interessant. Eine der saudi-arabischen Mannschaften. Mit ein bisschen Glück kommen sie sogar durch die Gruppenphase bei dieser Konstellation. Da haben wir Hoffenheim, Rosenborg und die beiden materienischen Mannschaften. Die müssen ran gegen. Basak-Scheher. Was weiß ich, wie die heißen. Basak-Scheher. Also Basak-Scheher. Wahrscheinlich Istanbul. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall auch eine starke Mannschaft. Dann Gruppe P. Arsenal, Neapel, L.A. und Basel gegen. Legia Warschau. Gegen Legia Warschau aus Polen. Damit ja auch bis jetzt ganz gutes Losglück für Arsenal und Neapel. So, komplettieren wir Gruppe A. AC Milan, FC Valencia, Olympique Marseille, Spartak Moskau und der FC Kopenhagen. Und der letzte Verein in dieser Gruppe wird sein, der RCD Espanol Barcelona. Es-pan-ol also ist der letzte Verein in Gruppe A. Damit ein Vertreter aus Italien, zwei Spanier, ein Franzose, ein Russe und ein Dänischer Verein in Gruppe A. Kommen wir zur Gruppe B. Porto, Sporting Lissabon, die Boca Juniors, West Ham United und Schachtia Donetsk spielen gegen. Fenerbahce Istanbul gibt sicherlich auch einfachere Aufgaben, kann ich mir vorstellen. Ja, damit also Gruppe B, zwei Portugiesen, eine argentinische Mannschaft, eine englische, eine ukrainische und eine türkische. Also Multikulti in dieser Gruppe. Die Gruppe C, Inter Mailand, Lazio, Rom, Schamburg-Rovers, Zenit St. Petersburg und Jürgenburg-Yundai. Treffen auf AEK Athen. Also noch eine griechische Mannschaft, zweimal Italien, einmal Irland, einmal Russland, einmal Südkorea, einmal Griechenland. Die Gruppe D, Tottenham, Celta Vigo, Sydney, Eintracht Frankfurt und die Celtic. Was labere ich? Die Glasgow Rangers. So rum. Treffen auf Olympiakos. Also der nächste griechische Vertreter. Und damit haben wir hier in der Gruppe also einmal England, einmal Spanien, einmal Australien, einmal Deutschland, einmal Schottland und einmal Griechenland. In Gruppe E, Paris Saint-Germain, Manchester United, New York City FC, Monterey und Atalanta Bergamo. Kommt jetzt noch ein fetter Brocken für Paris und Man U. Mit Klub Brügge jetzt nicht so wirklich. Also sieht sehr, sehr machbar aus für die beiden aus Topf 1. Die Gruppe F ist da schon schwieriger. Schalke, Gladbach, Sociedad, Eindhoven und Nizza. Ganz ehrlich. Wer soll da denn weiterkommen? Ey, das kann man ja überhaupt nicht voraussehen. Wer kommt jetzt noch dazu? Sparta, Prag. Alles klar. Die tschechische Mannschaft ist hier mit dabei. Wohl eher Außenseiter. Gruppe G. Dortmund, Monaco, Trapsonspor, Galatasaray und Werder Bremen treffen auf. Red Bull Leipzig. Alter Schwede. Das ist hart. Oh Mann. Drei deutsche Mannschaften in dieser Gruppe. Dazu einmal Frankreich sozusagen und zweimal Türkei. Uiuiuiui. Na gut. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine deutsche Mannschaft weiterkommt, relativ hoch. Rein zahlenmäßig. Mal schauen. Gruppe H. Der A ist Rom. Villarreal, ZSK Moskau, Lyon und Celtic treffen auf. Die Kaiser Chiefs aus Südafrika. Kaiser Chiefs. Wobei ich glaube, River Plate, ich habe vorhin Blödsinn gelabert. River Plate ist glaube ich auch aus Südafrika. Oder? Ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Vergess, was ich gesagt habe. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben noch wie viele Mannschaften im Pod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welche fehlt jetzt bitte? Äh. Das kann doch wohl nicht mein Ernst sein jetzt. Okay. Wir werden gucken, welche fehlt. Das mache ich dann aber hinterher. Jetzt erst einmal. Die Gruppe I. Everton, Liverpool, Chicago, Turin und Graschenodar spielen gegen. Feenort, Rotterdam. Feenort. Damit haben wir also zweimal England, einmal USA, einmal Italien, einmal Russland, einmal Holland in dieser Gruppe. Auch interessant. Gruppe J. Besiktas, Chelsea, River Plate, Kiewo, Verona und Stoke City treffen auf. Den VfL Wolfsburg. Damit also einmal Deutschland, zweimal England, einmal Italien, einmal Argentinien und einmal Türkei in dieser Gruppe. Die Gruppe K. Bilbao, Man City, Braga, Lüttich und Bordeaux gegen. Vizel Kobe. Den Vertreter aus Japan, wo ja auch Lukas Podolski spielt. Also damit in dieser Gruppe. Einmal England, einmal Spanien, einmal Portugal, einmal Belgien, einmal Frankreich, einmal Japan. Die Gruppe L. Der FC Sevilla. Juventus Turin. FC Toronto. Tigres und Anderlecht treffen auf. Leicester City. Leicester City, damit also einmal Spanien, einmal Italien, einmal Kanada sozusagen. Einmal Argentinien, einmal Belgien, einmal England. Gruppe M. Barca und Bayern treffen auf Florenz, Cali, Park und auf Malmö. Ja, also damit sollte es für Bayern und Barca nicht so schwierig werden. Natürlich kann zum Beispiel Fiorentina durchaus ein Stolperstein werden. Wir sind gespannt darauf. Da haben wir die Gruppe N mit Leverkusen, Benfica, Lokomotiv, Moskau, Salzburg und Al-Ali. Dort gesetzt sich hinzu Al-Hilal. Also beide Saudi-Arabischen Al-Hilal. So was, ne? Beide Saudi-Arabischen Mannschaften, also in einer Gruppe mit Leverkusen, Benfica und den anderen. Also einmal Deutschland, einmal Portugal, einmal Russland, einmal Österreich und zweimal Saudi-Arabien. So, dann haben wir auch schon den letzten. Das ist nämlich Ajax Amsterdam. Die sind in der Gruppe mit den beiden Madrilenen, Rosenborg, Hoffenheim, Basak, Keschir und eben Ajax Amsterdam. Und da muss ich jetzt noch gucken, wer mir hier untergekommen ist. Und den liefere ich euch gleich nach einem kurzen Schnitt. Ja, ich muss gar nicht lang suchen. Ich habe den Fehler. Ich habe ja vorhin River Plate gelöscht. Und das war ein Fehler. Denn River Plate ist hier zweimal drin. Da habe ich wohl Mist gebaut. Das heißt, wir löschen einmal River Plate raus. So, einmal River Plate weg. Und dafür darf jetzt eine andere Mannschaft nachrücken. Jetzt muss ich gucken. Italien, England, Spanien, Deutschland haben mir gesagt, ist schon draußen. Damit darf Saint-Étienne nachrücken. Die Françoise von Saint-Étienne. Insgesamt 75er Durchschnittswert. Glückwunsch also an Saint-Étienne. Und verhofft kommt oft. Saint-Étienne ist damit noch mit dabei in Gruppe P. Arsenal, Neapel, L.A., Basel, Warschau und Saint-Étienne. Damit also einmal England, einmal Italien, einmal USA, einmal Schweiz, einmal Polen und einmal Frankreich. Ja, das war es erstmal von der Gruppenauslosung. Gruppen stehen jetzt fest. Und wir sehen uns dann, wenn es richtig losgeht. In dem Sinne, tippt mal bitte in die Kommentare, welche zwei Mannschaften ihr in jeder Gruppe so seht. Wer wohl weiterkommt. Und ja, dann könnt ihr mir damit mal eure Meinung sagen. Ich werde es wahrscheinlich auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ich daran denke. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen soweit. Und ja, bis zum ersten Spiel. Ciao. 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 Vielen Dank.